Kommander der Einsatz hat sich erhöht. Der Kontakt mit unserem Agenten, Codename Delphi, brach mitten in der Übertragung ab, gerade als uns die Lage von Keynes Labor mitteilen wollte. Er experimentiert mit Tiberium, injiziert das Teufelszeug sogar Menschen. Delphi kennt außerdem Routen und Zeitplan für den streng geheimen Konvoi, den Key nach Bosnien schicken will. Nach ihrer Landung an diesem Strand kämpfen sie sich durch die Nordwachen und suchen Delphi, wenn er noch leben sollte. Sichern sie die Information. Ende und aus. Verstärkungen sind eingetroffen. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Command & Conker. Verstärkungen sind eingetroffen. Und ich finde das jetzt alles andere als geil, wie wir hier anfangen. Was ist das für ein beschissener Start? Das war ganz im Ernst, wie zur Hölle soll man das denn schaffen? Äh, ich bin ein wenig überfragt gerade. Muss ich vielleicht einfach nur mit dem MBF an den Türmen vorbeifahren, oder? Wow, ja. Das ist ja mal richtig gut hier. Äh, ja, ich würde sagen, ich starte direkt mal neu. Weil, sorry, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Verstärkungen sind eingetroffen. So, ich versuche mal direkt, äh, einfach nur, äh, die Türmen zu beschäftigen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und mit dem hier fahre ich einfach direkt an denen vorbei. Weil, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll und wie ich das sonst schaffen soll. Ach, da kann man gar nicht vorbei hier... Oh, doch, 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 kann man... Oh, shit. Flaming mit Flammenwerfer. Alter, was macht das... Halt bitte für einen Schaden! Ey, Leute, wie zur Hölle soll ich das schaffen? Ja, geil. Ja, den greifst du jetzt nicht mehr an. Ja, ist klar. Aber, äh, ja, äh, läuft ja bei uns. Ähm, okay, so klappt es auch nicht. Mein Gott, ich werde hier, äh, das fängt schon richtig gut an. Ich versuche mal, den Weg nach unten rechts einzuschlagen. Jawohl, sorry, geht klar, Sir. Sofort, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Sofort, Sir. Jawohl, sorry. Jawohl, sorry. Jawohl, sorry. So, wir müssen mal ein bisschen Micro machen. Jawohl, sorry. Jawohl, klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hast du den greifst du an? Warte mal, dann ziehen wir den mal raus. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. So, okay, den Panzer hätten wir damit schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Jawohl, Sir. Ähm, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier rechts einen Weg finden. Ich lege den, breche auf. In Ordnung. Breche auf. So, fahr schon mal da hin. Ich glaube, du siehst auch ein bisschen mehr im Zweifel. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Wer steht? Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. So wir denn hier überhaupt irgendwie Tiberium finden. Geht klar, Sir. Ja gut, es geht ja hier noch ein bisschen weiter, ne? Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Ihr geht mal da unten lang. Sofort, Sir. Sofort, Sir. In Ordnung. Sieht jetzt aber auch nicht gerade vielversprechend. Äh, Sackgasse. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Puh, puh, puh. Ja, die Frage ist, äh, wie sollen wir das mit den paar Einheiten schaffen, diese Türme alle platz zu kriegen, weil der da doch, äh, also, äh, entschuldigt, ähm. Der macht doch viel zu, also, die Grenadiere machen viel zu wenig Schaden, als dass die die Türme platt kriegen würden. Aber warte mal, hier haben wir einen Weg. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, und wenn jetzt nicht wieder dieser Flammenpanzer in die Quere kommt und wir hier in Ruhe unsere Basis aufbauen können und ein, zwei Sachen produzieren können, sofern der Weg überhaupt so zielfühlt ist, dann wäre ich ein sehr glücklicher Mann. Leere, leere Fahrradkette. Wow, nächster Turm. Okay, schnell weg. Ja, genau, bleib einfach liegen. Ignorier mein Klickbefehl und, äh, bleib bloß an Ort und Stelle, damit dich der Turm weiter natscht. Sofort, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Der kriegt jetzt erstmal noch die Oma und da er Schaden bekommen hat, gehe ich mir davon aus, dass da irgendwo Tiberium ist. Breche auf. Breche auf. Schon dabei. Breche auf. Geht klar, Sir. Es wäre nämlich wundervoll, wenn dem so wäre. Sofort, Sir. Wäre, wäre, Fahrradkette. Breche auf. Jawohl, Sir. Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Gehe auf. In Ordnung. Schon dabei. In Ordnung. Och, Kinders, ey. Die Mission gibt mir jetzt schon sowas von auf den Senkel. Und nicht nur, weil wir innerhalb von, äh, zwei Minuten schon den dritten Versuch starten mussten dafür. In Ordnung. Ja, wobei, ich gebe zu, das ist der Hauptgrund. Sofort, Sir. Ei, 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 ei. Breche auf. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Schon dabei. So. Da ist die Behrung. Gut. Äh, dann machen wir es doch einfach mal. Jawohl, verladen Sie. Und bauen hier unsere Basis auf. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. In der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas gewuppt kriegen. Ich weiß es nicht, weil ich habe auch keine Ahnung, wie ich sonst die Mission schaffen sollte. Ich würde es, wenn es trotzdem scheitert, vielleicht mal auf einem geringeren Schwierigkeitsgrad, also einfach versuchen, weil, ähm, so ist das ja jetzt schon, Mist, und ich kriege schon einen halben Erz, Kasper. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geht mal bitte ein bisschen zur Seite. Schon dabei. In Ordnung. Die Karte. 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 Ach, Mist, das reicht jetzt, um nicht mal für eine zweite Raffinerie zu beginnen. Schade. Aber auch wie wenig Startkapital wir haben, ne? Sonst hatten wir immer genug Geld, dass wir direkt zwei Raffinerien bauen konnten. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Schon dabei. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir damit klarkommen. Also, wir wissen, dass hier auf jeden Fall noch ein Tiberiumfeld ist. Das ist schon mal gut zu wissen, aber da hockt auch blöderweise ein Flammenpass, der unfassbar viel Schaden macht. So, machen wir mal so, dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Dann jetzt mal ganz schnell eine Kaserne her. Wow, da kommt jetzt aber ein bisschen viel auf meine Sammler zu. Alter, was kommt denn da jetzt alles? Schon dabei. Einheit verloren. Ihr Miesenpenner! Gestoppt. Abgebrochen. Einheit verloren. Ei, ei, ei. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ja, geil. Geil. Einfach geil. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Wird gebaut. So, um den kannst du dich doch wohl mal eben kümmern, oder? Alter, was ist das für eine scheiß Mission? Konstruktion fertig. Nein, ich werde nicht müde, diese Frage zu stellen. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. Hallo, du solltest ihn mal angreifen, wenn du so nett wärst. Dankeschön. Jawohl, Sir. Alter. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Miesenpenner. Neue Bauoptionen. So, äh, dann kümmern wir uns erst mal um ein bisschen Strom. Ach, sehr schön, hier oben ist auch nochmal Tiberium. Wunderbar. In Ordnung. Puh, ey, diese Mission, ne? Selten, dass mich etwas so früh schon so sehr gefoppt hat. Ich muss auch sehr, äh, ehrlicherweise gestehen, ich hab nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie schwierig, also wie, doch anspruchsvoll. Schwierig ist jetzt, glaube ich, würde zu weit gehen, aber anspruchsvoll ist auf jeden Fall dieses Spiel. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Es hatte echt nicht mehr auf dem Schirm, dass es doch so knackig war. So, hier bitte einmal reparieren. Da genauso. So, jetzt haben wir auch ein Radar. Sehr schön. So, dann kümmern wir uns erst mal um ein paar Türme, würde ich sagen. Ja, da sehe ich auch schon direkt den Grund, warum. Ich finde das aber trotzdem so mies. Ich meine, ja, ich verstehe den Hintergedanken, aber dass der, äh, dass der Turm eine geringere Reichwerte hat als die Raketen-Typies. Das ist, äh, mega nervig. Ich, wie gesagt, ich verstehe es, als, ich habe, verstehe den Grund durchaus, warum das so ist. Es ist ja auch irgendwo okay, aber trotzdem nervt es mich einfach tierisch. Wird gebaut. Oh, shit. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Konstruktion fertig. Bestätigt. So, komm, dann holen wir doch mal zwei, drei Raketen-Typies. Ja, die brauchen wir nämlich hier vorne auch schon. Reparatur läuft. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. So, geht doch. Jawohl, Sir. Es wird nicht besser, ihr Lieben. Es wird nicht besser. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Geldmittel unzureichend. Ja, das weiß ich wohl. Jawohl, Sir. Oh, Mann. Ich frage mich, wie dann erst die Finalmission werden soll. Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, ich habe tatsächlich den ersten Command & Conquer nie durchgespielt damals. Also, auch als ich gespielt habe. Ich habe immer so ein bisschen, aber so richtig komplett habe ich den nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwann habe ich, glaube ich, die Flinte ins Korn geworfen. Oder ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, warum, wieso, weshalb. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Reparatur Luft. Jawohl, Sir. Kein Problem. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Oh, das war jetzt ein bisschen sehr knapp. Würde mal einer hier ein bisschen die Bärung... Ah, ja, du schon wieder, du Sack. Ne, den werden wir wohl verlieren, den Sammler. Ganz großes Tennis. Einheit verloren. Ey, du blöder Penner. Jawohl, Sir. Reparatur Luft. Unsere Basis wird angegriffen. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Einheit verloren. Ne, ey, Leute, ganz ehrlich. Das macht euch jetzt so weit von keinen Sinn hier. Komm. Wisst ihr was? Ich beende diese Mission. Ich, ne, nachher wird das... Ich mach das jetzt auf zwanglos. Komm. Pfeift drauf. Ist mir jetzt egal. Also, das ist nervig zu sehr gerade. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, jetzt... Ey, ohne Witz. Ich stelle auf einfach und jetzt fährst du einfach alle Truppen von mir platt, du Sack. Will der mich verarschen? In Ordnung. Das soll jetzt die einfachere Variante sein. Der fährt alle Einheiten von mir platt. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Das ist doch nicht fair. Das ist so eine Scheiß-Besiehung. Oh, Mann. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Weiter, weiter, komm. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Einsatz hier nicht mit nichts. Breche auf. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Hat der eine hartnäckige Grenadier ist tatsächlich noch geschafft. Sehr gut. Jawohl, Sir. Schon dabei. Diese Mission, ey. Support, Sir. Breche auf. Konstruktion fertig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob und wann mich jemand etwas so schnell, so hart genervt hat. Jawohl, in Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Schon dabei. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Apropos, etwas hat mich so schnell so hart genervt. Jawohl, Sir. Nein, runterfahren, runterfahren, nicht weiter. Ey. Ich fährte einfach nur fünf Felder weiter, wo ich das schon längst gesagt habe, fahr woanders hin. Das ist auch geil. Jawohl, in Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Mein Gott, fahr doch über die drüber. Breche auf. So, geht doch. Dankeschön. Äh, so. Dann machen wir doch mal... Was machen wir denn? Erstmal eine Waffenfabrik. Wir warten jetzt... Wir machen jetzt... Wir warten jetzt mit dem Radar ein wenig und kümmern uns erstmal um die Waffenfabrik. Ne, Moment. Momentar, wir machen einen Heliport. Damit wir zumindest einen Orca schon mal haben, der uns gegen etwaige Flammenpanzer helfen kann, weil ja der Flammenpanzer alles wegbrezelt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier nicht einen Schuss gehört, aber gut, der wird jetzt gleich am Tiberium sterben und da ist er auch schon tot. Sehr schön. So, wir haben noch 120 Strom übrig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. So. Wachtturm regelt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schöner wäre es natürlich, wenn wir die Karte schon aufgedeckt hätten. Konstruktion fertig. Aber wir sind ja bekanntermaßen nicht bei Wünsch dir was. So, ich weiß gar nicht mehr, brauche ich drei oder vier Orcas, um einen Turmplatz zu kriegen? Also mit einer Ladung. Das habe ich jetzt leider nicht mehr auf den Kopf. So, 75 Strom haben wir noch, das reicht auf jeden Fall für die Waffenfabrik. Jawohl, Sir. Nein, du willst nicht mehr weiter auf meinen Sammler schießen. Jawohl. Komm, kümmere dich mal um den. Ich will jetzt nicht warten, bis ihr in die Reichweite des Wachttums rennt. Wobei das wahrscheinlich sogar noch eher passieren wird. Nee, doch nicht. Geht doch. Einmal eine Granate an den Kopf geschmissen. Und dann ist schon Schluss mit lustig. Jawohl, Sir. Apropos Schluss mit lustig. Jawohl, Sir. Unsere Basis. Jawohl, Sir. Schon dabei. Kein Problem. In Ordnung. Und dann ist ja, kein Problem. Von schnitzen.